hallo youtube heute mal ein kurzes video noch mal zur china kettensäge ich habe ja mittlerweile schon recht lange verschiedene dieser sägen in benutzung und auch durch getestet und einige auch richtig hart in benutzung und ich möchte euch mal mit auf den weg geben was vom start weg ich immer tausche bei diesen sägen das macht einen himmelweiten unterschied ob er die säge aus der verpackung nimmt zusammenschraubt und direkt lossägt dann seid ihr nämlich unter garantie erstmal enttäuscht und wenn nicht direkt dann relativ schnell bei der zweiten dritten benutzung und mit einem mit ein paar änderungen werdet ihr die säge richtig auf und kann doch gescheit damit arbeiten und das möchte ich euch mal zeigen das erste das wirklich allererste was ich auf jeden fall machen würde wenn das budget noch so knapp ist was ich auf jeden fall lohnt ist eine neue zündkerze ab werk sind da im grunde immer die aller billigsten china zündkerzen verbaut die es irgendwie gibt ganz oft funktionieren die ab werk schon nicht die haben irgendeinen fehler die gehen nicht aber ganz häufig auch gehen die relativ schnell kaputt oder haben zünd aussetzer und das ist einfach ärgerlich wenn man pech hat geht davon auch noch die zündspule kaputt aber die dinger sind einfach kacke und man ärgert sich damit rum spätestens wenn man mal eine arbeit samstag vielleicht noch mit helfer eingeplant hat und dann geht das ding einfach mittendrin kaputt und man hat keinen ersatz so deswegen eine markenzündkerze ist egal welche ich benutze die von ndk das ist eine japanische markenzündkerze erstausrüster ich meine stil verwendet die auch die bezeichnung bpm 7a verlinke ich euch habe auch unter der video beschreibung macht ihr direkt rein und nimmt die original zündkerze die drinnen ist auf seite als ersatz wenn die immer kaputt geht führt zum überbrücken bis eine neue in der hand habt dann habt ihr die china zündkerze als ersatz das ist eine sache von 3 euro 50 hatte irgendwie so was so das nächste was ich von der reihenfolge her tausche ist die kette die mitgelieferte kette ist auch bis auf wenige ausnahmen ist immer eine absolute schrott kette das ist eine ultra billige china kette aus dem ganz weichen stahl die ist erstens super schnell stumpf also die ersten zwei drei vier schnitte sägt die wieder teufel aber die ist erstens ultra schnell stumpf zweitens die lenkt sich ungemein und zwar permanent also jede neue kette lenkt sich erst mal nach dem ersten nutzen das ist normal aber diese china ketten die lenken sich permanent also man ist eigentlich permanent am schauen dass die die kette nicht zu locker ist und runter fliegt und wenn man da nicht hinterher ist dann dann hat man ein problem und wenn man da hinterher ist dann ist man ständig am nachspannen das ist scheiße und ja tauscht die einfach aus so ich benutze im grunde drei verschiedene arten je nachdem was ich mache um die 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 billigste das sind diese ketten von silva das ist im grunde auch china aber das ist eine gute qualität finde ich die haben halbmeißel die gibt es nicht als vollmeißel gibt es in allen möglichen größen mit 0,3 25 zoll teilung haben die china sägen ja alle 1,5 mm nutbreite und dann kommt es auf die schwertlänge an also die 38er schwerte haben 64 treibglieder die 45er sowie hier haben 72 treibglieder und das 50er schwert hat 76 treibglieder es gibt auch so setzt mit schwert und zwei ketten oder schwert und vier ketten finde ich eigentlich ziemlich gut preis leistungstechnisch ist das super vor allem wenn ihr so ein blödes 50er schwert drauf habt bei einer 3 ps säge ist das eh überdimensioniert würde ich euch empfehlen dann holt euch einfach so ein 38er oder 45er set schwert und kette zusammen seid ihr damit gut beraten dann vollmeißel in billig nehme ich im moment die von sws forst die die sind auch halbwegs gut also damit kann man gut sägen das ist die sind völlig in ordnung und vom preis her sind die auch gut was richtig gut ist aber auch eine ecke teurer das sind die stil rs vollmeißelketten die benutze ich da wo ich einfach längere zeit ruhe haben möchte und nicht so ständig nachschärfen mit den sws ketten muss man ab und zu mal ein bisschen nachschärfen aber die sind auch gut also das sind die drei die ich benutze um die die silber preis leistungstechnisch sind die top halb meistens sowieso da kann man auch mal die erde schneiden ohne dass die stumpf werden mit vollmeißel die sind einfach super schnell stumpf und man muss beim pfeilen auch richtig gut aufpassen so dann als nächstes einen gescheiten luftfilter weil ich habe es jetzt hier gerade nicht mehr da ich habe es anderen video habe ich gezeigt wie gut der original luftfilter ist ich zeige euch mal den originalen die sind überall gleich es gibt nur zwei varianten in der größe aber die bauform ist gleich hier das ist der kleine es gibt noch den großen der ist ungefähr so die größe aber genau dieselbe bauform ist eben nur so nylongewebe das ist viel zu grobmaschig da kommt sägespäne und holzstücke kommen da nicht durch aber alles andere kommt durch also sägemehl feinstaub pollen geht alles durch in den vergaser in den motor das ist richtig kacke schaut euch das video an zur green card gs 680x review nach zwei jahren oder irgendwie so heißt es da habe ich euch das mal gezeigt nach einer saison sägen was da an schmutz durchgeht also diesen richtig schlecht hier das ein papier luftfilter gibt es im set mit deckel und eine geänderte ansaugbrücke das ist ein set kostet fünf euro irgendwie so um den dreh was verlinke ich euch auch in der video beschreibung ist eins zu eins austauschbar mit dem mit dem originalen das ist auf jeden fall was wo sich euer vergaser und der motor darüber freuen wird wenn man nicht ständig schmutz einatmen muss so das sind so die drei wichtigsten sachen und dann habe ich nur noch eine sache aber das ist eine persönliche geschmacks geschichte und eher so eine wohlfühl modifizierung nenne ich es jetzt mal das ist kein muss so und zwar der kettenspanner bei vielen sägen ist der kettenspanner hier vorne wie bei der auch das hat so eine billig sehr bei einen ganz billigen sind in der regel immer von vorne das funktioniert die sind sogar ein ticken stabiler als diese variante wo der kettenspanner hier von der seite ist die 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 halt ein bisschen mehr aus so aber ich finde die ultra nervig weil man hier die von vorne muss drehen und mit diesem multitool direkt an der schiene man rutscht ständig ab weil das so weit ab steht man kann da nicht richtig drehen und man ist auch ständig mit den händen hier an der scharfen kette zugange das ist ich also ich finde das ultra nervig es gibt ein umbau satz die sind alle vorbereitet alle sägen die ich bisher in der hand hatte sind schon vorbereitet für den kettenspanner von der seite hier ist das loch das ist eine sache von drei minuten das ist hier ketten kettenspanner ab das inhalteblech zwei schrauben ab und dann könnt ihr hier den kettenspanner ausbauen und hier das ist der neue kettenspanner sind nur zwei teile hier das ist dann nachher von hier vorne zugänglich und dann hat man das auch erledigt dann kann man hier bequem von der seite kann man die kette spannen und müsste nicht vorne an der kette rumfummeln hätte nicht vergessen hier auf jeden fall das ist im endeffekt der schwachpunkt bei diesem kettenspanner wir haben hier so ein getriebe und wenn man dazu grob dran dreht oder und oder hier nicht fett dran tut dann geht das kaputt also da muss man einfach darauf achten hier hier auch hier kommt auch fett dran so ohne fett geht er auch kaputt so das sind meine vier standard umbauten die ich immer mache bei den china sägen und die eine große verbesserung schon darstellen und wo man richtig damit arbeiten kann eine gescheite kette eine ordentliche zündkerzen luftfilter der funktioniert und wenn man dann noch möchte aber kein muss im grunde das ist diese kettenspannung von der seite so wenn euch das video gefallen hat und ihr mehr über die china sägen noch wissen muss dann schaut einfach in meinen anderen videos in den playlists und lasst ein abo da um kein anderes video zu verpassen dann sehen wir uns dann alles klar